Claudia Garmann, Wissenschaftssprecherin der NEOS. Danke, Herr Präsident. Gut, warum geben wir so viel Geld aus? Das heißt immer, wir geben viel aus, kriegen wenig raus. Warum ist das so? Die OECD sagt dazu, das österreichische föderale System ist auf große Volumina fiskalischer Transfers zwischen verschiedenen Ebenen der öffentlichen Hand geprägt. Wir verschieben extrem hohe Summen an Geld hin und her zwischen den Ländern, zwischen dem Bund. Das zeigt sich gerade im Bildungsbudget anhand der Landeslehrer, wo wir Geld ausgeben. Weil es immer zu wenig budgetiert ist und wir nicht wissen, was die Landeslehrer tun, wie viele Stunden sie unterrichten. Dieses Problem haben wir immer noch nicht gelöst. Das ist keine Budgetwahrheit. Und ich weiß es, Frau Ministerin, Sie hatten da eigentlich nie eine Chance, das wirklich zu lösen. Ich hoffe, dass wir es im nächsten Budget nicht mehr so haben. Danke. Sagt Claudia Garmann, Wissenschaftssprecherin der NEOS.